Der Heldbock bzw. Große Eichenbock ist eine besonders seltene, große und schöne Käferart bei uns. Um ihn und seine Verwandten geht es im heutigen Facetten der Vielfalt-Video. Ich bin Michael Held und freue mich, dass ihr bei diesem wahrlich heldenhaften Auftritt dabei seid. Viel Spaß! Den seltenen Heldbock bzw. Großen Eichenbock findet man vor allem an alten, im Absterbeprozess befindlichen Eichen an lauen Juni- und Juliabenden, so wie an solchen Eichen bei uns im südhessischen Ried, bei denen bereits deutliche Spuren des Heldbocks offensichtlich sind, Fraßgänge der daumendicken Larven des großen Eichenbocks. Auch bei diesem Stammstück sieht man im Querschnitt viele solcher Fraßgänge. Diese Heldbock-Eiche im Naturschutzgebiet Lampathimer Altrhein ist sogar als solche beschildert. Sucht man dann an solchen Heldbock-Eichen nach den imposanten Bockkäfern, findet man nicht selten vor allem Teile der Tiere, Flügeldecken, einzelne Beine oder beispielsweise einen Kopf mitsamt den langen Fühlern. Dann waren beispielsweise Spechte schneller, die den Heldbock-Körper als nahrhaften Happen verspeist haben und die weniger nahrhaften Anhängsel zurückgelassen haben. Der Heldbock, Cerambyx, Cerdo, auch Riesenbock oder Spießbock genannt, ist ein in Deutschland vom Aussterben bedrohter Käfer, dessen Körper bis zu gut 5 cm lang werden kann. Damit zählt er zu den größten Käfern Mitteleuropas. Die Fühler können bei Menschen das Doppelte der Körperlänge erreichen, die Fühler des Weifchens erreichen in etwa Körperlänge. Besonders im ersten Segment sind die Fühlerglieder knotig verdickt. Kopf, Brust, Beine und Fühler dieses Bockkäfers sind schwarz, die schwarzen Flügeldecken werden nach hinten heller bis braunrot. Der Heldbock ist in Deutschland vom Aussterben bedroht, er kommt vor allem in Mittel- und Südeuropa vor und ist aus weiten Teilen Deutschlands bereits verschwunden. Umso mehr freue ich mich immer, wenn ich einen dieser beeindruckenden Käfer entdecke und dass ich euch diese Aufnahmen präsentieren kann. Abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr von mir verpasst. Adulte Heldböcke ernähren sich am Saftfluss verletzter Eichen und reifem Obst. Die adulten Menschen können etwa 6 Wochen alt werden, Weibchen bis zu 8 Wochen. Der große Eichenbock kann übrigens solche stridulierende Geräusche erzeugen, wie er sie jetzt hört, indem er griffelte Bereiche der vorderen zwei seiner drei Brustsegmente aneinanderreibt. Stridulation Hier ein Heldbockpärchen im Bürstetter Wald. Ein wirklich seltener Anblick. Die Weibchen legen die Eier in die knorrige Rinde alter Eichen, nach bis zu 3 Wochen schlüpfen die Larven und fressen sich zur ersten Überwinterung in das Kambium, also die Schicht direkt unter der Rinde. In den Folgejahren fressen sich die Larven immer tiefer in Richtung Kernholz. Die 9 bis 10 cm langen Larven ernähren sich von Nährstoffen im Saftfluss des Baumes. Hier Aufnahmen, die ich im Senckenberg-Museum Frankfurt von entsprechenden Präparaten gemacht habe. Der Heldbock ist als vom Aussterben bedrohte Art streng geschützt. Er ist in Deutschland als eine nationale Verantwortungsart innerhalb der Strategie zur biologischen Vielfalt eingestuft. Allerdings lässt sich der Rückgang des großen Eichenbocks nur langsam bremsen, da Eichen erst in einem Alter ab 80 bis 150 Jahren für diese Käferart interessant ist. Häufiger ist bei uns jedoch der auffällig gefärbte Gemeinde Witterbock, wie dieses Exemplar, das uns beim Kaffeetrinken auf unserem Balkon besuchte. Er wird auch Wespenbock genannt, weil seine schwarz-gelbe Musterung an eine Wespe erinnert und vermutlich diese wehrhaften Insekten imitieren und abschreckende Wirkung erzielen soll, also Mimikrie. Auch dieser kleine Eichenbock bzw. Buchenspießbock hat uns zu Hause besucht und sitzt hier an unserer Fensterscheibe. Im Aussehen ähnelt er dem großen Eichenbock, ist allerdings durchgehend schwarz gefärbt und ist, wie der Name schon sagt, kleiner als der große Eichenbock und auch häufiger. Man findet ihn vor allem im Juni und Juli auf blühenden Sträuchern, zum Beispiel an Holunder, Hartriegel, Weißdorn und Rosen. Hier noch ein weiterer und auch in Deutschland zu findender und farblich wirklich sehr schöner Bockkäfer, der Alpenbock Rosalia alpina. Mit seiner schwarz-blauen Färbung ist er unverwechselbar, dieser große Bockkäfer. Er kommt, wie der Name schon andeutet, unter anderem in den Alpen vor, aber auch beispielsweise auf der Schwäbischen Alb. Im Unterschied zum großen Eichenbock ist der Tag aktiv und fliegt gerne an warmen Tagen. Bevorzugter Brutbaum ist die Buche, aber auch andere Baumarten werden als Brutbaum genutzt. Bockkäfer gibt es weltweit, wie diese Bilder mit Bockkäfern aus Costa Rica von Gernot Kunz sehr schön zeigen. Weltweit sind über 26.000 Arten bekannt, davon etwa 200 in Mitteleuropa. Da die Fühler meist gebogen sind und oft nach hinten getragen werden, erinnern sie an die Hörner eines Steinbocks, daher der deutsche Name für diese Käferfamilie. Der wissenschaftliche Name dieser Käferfamilie, Cerambizide, geht übrigens zurück auf eine Figur aus der griechischen Mythologie. Ein Schäfer namens Cerambos soll nach einem Streit von Nymphen in einen großen Käfer mit Körnern verwandelt worden sein. Dieser Harlequinbock, Acrocinus longimanus, lebt in den tropischen Regenwändern Mittelamerikas und kann bis zu sieben Zentimeter lang werden. Von seiner wie bunt in den Farben schwarz-grau-rot-rosa geschminkten Färbung rührt sein deutscher Name Harlequinbock. Die aufhandlangen Vorderbeine führten zu den wissenschaftlichen Beinamen Longimanus Langhand. Doch ohne Regenwald in Mittelamerika und ohne alte Eichenbestände bei uns sind die Tage des bunten Harlequinbocks und des imposanten großen Eichenbocks gezählt. Es liegt an uns Menschen, ob auch noch zukünftige Generationen Heldbock-Geschichten in der Natur erleben können oder ob die Exemplare im Senckenberg-Museum die letzten stummen Zeugen vergangener Heldenbock-Geschichten werden.